Was ist, wenn? Ja, was ist, wenn? Auf vier Fragen wird Dr. Hill das Funkrezept die Antwort sagen. Hört zu! Was ist, wenn man einmal etwas zu tief ins Glas gesehen hat? Dann ist man in Stimmung. Aber was ist, wenn man den gewissen Schluck zu viel trinkt und sich der bekannte Schleier auf Kopf und Zunge legt? Dann nimmt man Dr. Hill das Pfefferminz, so vermeidet man die Fahne und bleibt. Frisch wie der jungen Morgen immer einen frohen Sinn durch Doppelintensives Dr. Hill das Pfefferminz. Durch Doppelintensives Dr. Hill das, Dr. Hill das, Dr. Hill das Pfefferminz. Was ist, wenn? Tja, was ist, wenn? Auf viele Fragen wird Dr. Hill das Funkrezept die Antwort sagen. Hört zu! Was ist, wenn einem in Gesellschaft plötzlich die Augen zufallen? Dann langweilen wir die Gesellschaft oder die Gesellschaft uns. Ja, aber was ist, wenn wir gerade in dieser Gesellschaft besonders glänzen wollen? Dann nimmt man ein Dr. Hill das Pfefferminz und isst. Frisch wie der junge Morgen immer einfach frühen Sinn durch Doppelintensives Dr. Hill das Pfefferminz. Durch Doppelintensives Dr. Hill das, Dr. Hill das, Dr. Hill das Pfefferminz. Was ist, wenn? Ja, was ist, wenn? Auf viele Fragen wird Dr. Hill das Funkrezept die Antwort sagen. Hört zu! Was ist, wenn man den ganzen Tag geraucht hat wie ein Schlot? Dann ist es höchste Zeit, die Fenster aufzumachen und das Zimmer durchzulüften. Ja, aber was ist, wenn dein Kopf und Mund die gleiche Durchlüftung brauchen? Dann nimmt man Dr. Hill das Pfefferminz und isst wieder frisch wie der junge Morgen immer einen frohen Sinn durch Doppelintensives Dr. Hill das Pfefferminz. Durch Doppelintensives Dr. Hill das, Dr. Hill das, Dr. Hill das Pfefferminz. Was ist, wenn? Ja, was ist, wenn? Auf viele Fragen wird Dr. Hill das Funkrezept die Antwort sagen. Hört zu! Was ist, wenn man einen schweren Kopf hat? Dann ist man nicht zu genießen, weil man vorher zu viel genossen hat. Ja, aber was ist, wenn man gerade dann etwas zu erledigen hat, wozu man einen ganz klaren Kopf braucht? Dann nimmt man Dr. Hill das Pfefferminz und isst wieder frisch wie der junge Morgen immer einer frohen Sinn durch Doppelintensives Dr. Hill das Pfefferminz. Durch Doppelintensives Dr. Hill das, Dr. Hill das, Dr. Hill das Pfefferminz. Dr. Hill das Pfefferminz. Musik Frisch wie der junge Morgen im heiter frohen Wind Durch doppelt intensives Doktor Hilders Peppermint Durch doppelt intensives Doktor Hilders, Doktor Hilders, Doktor Hilders Peppermint Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Frisch wie der junge Morgen im heiterfrohen Sinn Durch doppelt intensives Doktor Hillers Peppermint Durch doppelt intensives Doktor Hillers, Doktor Hillers, Doktor Hillers Peppermint Durch doppelt intensives Doktor Hillers, Doktor Hillers, Doktor Hillers, Doktor Hillers, Sekundang Granschen 開幕